Hi Leute, ich habe mal wieder ein neues Video vor euch vorbereitet. Ich habe den M3 jetzt drei Jahre und ich hatte damals den Raphael, einen guten Kollegen von mir mitgenommen und der wusste nicht, was ich mir gekauft hatte und ja, war ganz lustig, weil sein Auto hatte 80 PS und die Fahrt im M3 war einfach nur geil mit ihm. Wollte euch das einfach mal zeigen, hatte ich noch mal auf dem Rechner gefunden und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Alles klar, bis die Tage. Haut rein. Ciao. So, das ist Raphael. Du musst jetzt leider in den Platz mit mitlaufen. So Anna, wir sind in zwei Minuten weg. Brauchst nicht, wer kommt. Achso. Achso. Na ja, mach doch mal. Und wie viel mehr ist das Deiner jetzt? Gefühlte 800. 800? 80. Also das ist langsam. Das schaue ich auch mit einem Auto. Du hast ja keinen. Ja, kann ich nicht. Du hast ein Haus. Und eine Frau. Und eine Frau. Teure Frau. Das fühlt sich schlimmer. Yeah, ne. Könnte. Das wäre ein Spielzeug für dich, oder? Können wir uns nicht dran gewöhnen. Wir haben ja so keine Ausländer, weil wir müssen Kurven haben. Wo haben wir Kurven? Das Fahrrad ist so genial. Du kannst ja jetzt, was weiß ich, 120 mit Kurven fahren. Mit so einem dicken Auspuff wäre das natürlich nur geil, ne? Ja. Den hörst du erst oben rum. Also so ab 3.000, ab 1.000, dann wird der mal lauter. Dann merkst du das auch. Ja. Scheiße. Das macht erst, das merkst du erst so, wenn der so Kurven fährt. Weil geradeaus kann ja jeder fahren. Ja. Ach, ich bin meinem Leben nicht böse. So, das war mein Freund Raphael. Ich würde sagen, ich schneide das Video nachher mal und dann lade ich das mal hoch. Alles klar, bis später. Bis zum nächsten Mal.